BEST IN PEACE! Hallo zu Varna! Nach dieser gestrigen Folge Wir gehen drauf. Ist es gut, Timo? Ja. Los! Oh, ich nehme jetzt 60 FPS. Wo bist du? Ah, ich bin wieder unter der Erde! 50 Glück, oder so? Gut. Nachdem wir uns der gestrige Handtuhl also den, den wir letztes Mal gemacht haben, so gut, vollziehen konnten Genau, richtig. Unter der Erde habe ich mich geboren. Ich sehe es. Ah, das ist was. Ich hole noch ein wenig Bäume. Das ist eine Höhle. Du hast echt verringert. Weil... Was machen wir jetzt noch? Ich weiss es nicht. Wir machen so eine riesige Lava-Spawn. Ja, ich habe es da vorne gemacht. Hast du eigentlich noch Apfel? Ich habe neun gut Apfel... Ich habe 5 Apfel, ja. Das ist echt das, mein Inventar. Oh... Oh... Äh, Abba, kannst du mal die Apfel geben? Ja. Eben, ich finde, die Schafe hier umlegen. Ah, ich habe kein Lava-Eimer. Hast du Lava-Eimer? Ja, dann warte rein. Schiessen mal die Apfel ins Inventar. Das sind die Apfel. Und hast du noch ein paar Gold? Ich habe kein Gold. Ich habe kein Gold. Hast du kein Gold? Du hast kein Gold. Du hast kein Gold. Du hast kein Gold. Nein, ich habe kein Gold. Ich habe kein Gold. Nur hat... ...ehm... 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 ...haha... ...mach ich auch ein Leiter runtergekommen. Ah... ...haha... ...haha... Ich wusste es. Oh... ...haha... ...hehm... ...haha... ...gut... ...haha... ...hat von dem Grund Base... Aaaah! Der steht doch aus mir raus! Ehehehe... Äh 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 Jäh Du hast doch Gultblöcke gehabt Nein ich habe keinen Gultblöcke Oh du hast 8 Gultblöcke oder so Nein ich weiss nicht was du mir hast 2 drop Aber ich habe keinen Gultblöcke Du hast doch gehabt Ja ich habe gehabt Hätte ich sie weggekommen Egal Wie das passiert ich weiss ich Äh ja und zwar hat es einen Bug gegeben Timo, möchtest du vielleicht acht Kupfer? Oder sieben? Ja, neunzig. Sechs. Was heisst Gold... Was heisst Goldblock? Haben wir sieben gehabt. So, hier. Danke. Jetzt komm mal. Du musst sie mir geben. Nein! Nein! Nicht ganz. Warte, ich muss... Ich will sie noch von den Schmidis. Sicher von nichts anderem. Nein, von den Schmidis. Hast du mir dann den Rest? Ich habe nicht noch mehr Kupfer. Mal, du hast noch mehr. Nein. Es ist lachtab. Ich habe nicht noch mehr, ich habe hier neun Kupfer. Mehr aber auch nicht. Ich habe neun Zehn. Uns fehlt... Okay, wir sind fertig. Genau. Ich habe jetzt vom Lava Sworn, hätte ich gesagt. Genau, Lava Sworn. Nimm du mal das... Das hier oben. Das. Das. Genau, das. Ich habe das Wasser weg genommen, aber ich habe keinen Kupfer. Ich habe das Wasser weg genommen. Das Wasser ist noch da. Aber es ist kein Wasserköl mehr. Das Wasser ist dies. Egal. Wir gehen. Okay. Ich bin dir dann... Ich habe keinen Wandel. Müssen wir jetzt einen Aimor haben? Aimor. Aimor. Oh, es ist für mich. Aimor. Haha. Oh nein. Ich kann hier nicht hoch. Haha. Ich kann hier nicht hoch. Ich kann hier nicht hoch. Ich habe keinen Block. Ich habe einen Block. Kannst du ein Wasserköl für mich setzen? Okay, mach mal das... Kannst du bitte ein Wasserköl für mich setzen? Nein. Nein. Au. Okay. Du musst, dass du hier weg, was schon dort ist. Das Lava. Nein. Hast du einen Stein? Ja. 10. Okay, dann gib mir das. Ah nein. Nein. Ein Stack. Wollen wir einen Cobblestone-Generator machen? Nein. Ich mache keinen Cobblestone-Generator. Äh. Was soll ich denn machen? Hier ist dein Stein. Äh. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Tak, tak. Nein, du musst die Hälfte Stein nehmen. Wir machen jetzt einen erhöhten Kreis. Äh. Äh. Auf allem bitte einfach Stein. Doch. Okay. Das ist ein Cobblestone-Generator. Nein. Ich hätte genug Stein. Aber. 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 Oh, da ist Stein. Okay, 15 Blöcke gehen wir hoch. Genau. Kannst du nicht mehr noch Stein fahren? Ich habe keinen mehr. Okay. Ich werde die Bogen schwingen. Cobblestone-Generator. Nein. Momo, das geht ganz schnell nicht. Das geht länger als wenn du einfach so abbaust. Nein, 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 nein. Wir werden alle davon profitieren. Ich weiss, es ist manchmal schwierig, das zu packen. Ich muss in Neder. Äh. Lava holen. Ich muss Lava holen. Ich muss Lava holen. Guck mal, geht. Ich weiss, es gibt keine unendliche Lava Quellen. Äh. Eine neue Version, aber jetzt. Ich glaube, bei uns gibt es das noch nicht. Ich weiß nicht, dass es dumm ist. Oh, das ist so hässlich geworden. Nein. Ich muss einfach Lava aufbauen. Nein, also im Dorf glaube ich richtig weit laufen. Ja. Ich habe über das Lava gehören. Du fängst mit X-Ray. Nicht, dass ich X-Ray drin habe. Da unten hat es im Fall. Ja, ich habe schon Lava. Ah, ich weiss du! Meine Augen sind am Westen! Warte, wirst du Misha gehört, wie er sagt, meine Augen sind am Westen? Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr! Meine Augen sind am Westen! Was? Meine Augen sind am Westen! Was? Was? Aha, das bist du, der Aufnahmesturist von Misha. Gut, wenn ich da wegbauen soll, theoretisch. Ja, ich weiss nicht, ich muss hier Lava sein. Ja, keine Lava! Oh nein, 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 keine Lava! Der Timo ist gleich am Westen! Oh! Meine Augen sind am Westen! Ja, die Kapostone-Farm ist sehr effizient! Ja, jedes dritte Verbränte einfach! Wir sind effizient! Ich weiss! Meine Augen sind am Westen! Okay, ich baue die Posteien an! Bitte! Und dann können wir richtig einen Lava-Spawn bauen! Ja! Ich hole jetzt einfach gerade... Ich weiss! Ich kann immer auch einen Lava-Spawn bauen! Nein! Ich hole einfach Lava über das Netz-Portal aussetzen! Aber das ist nicht lustig! Die wollen raus! Die wollen raus! Bist du jetzt noch im Nether? Ja! Nein! Das sieht schlecht für dich aus, he? Ja! Oh, ich bin fast reingehlt! Ich habe den Nether-Fest gefunden! Jetzt, was er einfach keinen Menschen mehr braucht! Ich brauche noch das zweite Lava, aber ich habe keinen Nether! Mann! Es hat keine Lava! Ja, es hat keine Lava! Ja, es hat keine Lava! Ich gehe einfach runter zu einem Lava-Spawn! Ich kann nicht! Du musst auch! Ich stirbe! Ja, hoffentlich! Hey! Ich bin jetzt alle dumme Kisten da! Mit Herzen! Noa, ich mache mit dir über... Ah! Ich brinne! Ich brinne! Sehr schlimm! Oh, oh! Stirbe! Oh! Meine Maus packt! Ja, eine Lava bückt! Weiss! Wico! Ja! Ich dachte alles blöd! Lava fertig! Äh, darf ich dir noch eine Lava? Ich würde eine unendliche Lava-Köll machen! Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das geht! Geht nicht! Egal! Never! Ah! Oh Gott, ich stirbe! Ich stirbe! Friss gut, Apfel! Ja! Ich habe noch ein Haus verstanden! Ich habe noch ein Haus verstanden! Es ist um jetzt... Lava! Timo! Tue bitte die Lava weg! Aha! Ich kann nicht zurück! Hehehe! And I cry! Oh my god! Did I cry! Oh my god! Oh, warum brenne! Oh! Es lag! Ich muss mich selber verlöschen! Wo bist du, Noah? Innen drin! Oh! Oh! Und es wickelt! Ich sehe nichts! Hallo, Noah! Ich sehe... Oh Gott! Du kannst hier raus... Oh nein, die Lava kommt! Oh oh! Im Moment, schwing! Ich habe Angst, wenn ich etwas abbaue, uns dann verbränen! Ja! Das ist wirklich... Das... Ich kann es eben gar nicht auftun! Hm... Das heisst, ich kann nicht... Ich kann nicht zurück! Ich bin einfach hier hinten! Wie tun wir jetzt? Das regelt! Tue einfach oben drauf die Lava abbaue! Ja... Ok... Ja leider... Wenn man die Kuh drückt auf die Diamantspitze, kann man die Lava abbaue! Ja... Schau jetzt! Ich darf nur rauskommen, Noah! Ich sehe nichts! Ich weiss nicht, ob du da bist oder nicht! Warte, jetzt... Es ist ja gleich weg! Ich würde hinter dir rauskommen, da geht es gäbiger! Ich würde dich einmal umdrehen! Dreh dich um! Da ist keine Lava! Hinter dir! Du bist... Ah, das hat so gross gewickelt! Äh... Äh... Ist jetzt die Lava-Kleu noch übrig? Ja, ich habe... Also... Ich habe... Okay, setz mal hier rein! Nein! Es geht nie! Unendliche Lava-Kleu! Mach einfach! Hm... Jetzt solltest du es einfach dort hinten gehen! Die Ecke dort! Die Ecke dort! Das ist meine Lava-Kleu! Okay, jetzt... Wir brauchen vielleicht noch eine! Hm... Ah... Ah... Äh... Ich habe kein Wasser! Jetzt... Komm nicht da rauf! Dort oben hat es ja eine! Ja... Bei Spass! Nein! Geh doch ein bisschen näher! Dort hat es nichts! Mal! Komm mit! Komm mit! Komm mit! Ich zeig dir jetzt wie man innert eine Minute Lava! Komm mit! Komm mit! Komm mit! Komm mit! Ich bin schon top! Gib mir einfach ganz viel Kübel! Ich bin schon ganz... Ich bin schon top! Hast du mir so ein Inventar von Kübeln gegeben? Dann kann ich ganz viel Lava kaufen! Ich kann mit! Ich bin mit! Ich bin mit! Ich bin mit! Ich bin mit! Da ist gut! Aus! Aus! Au! Ja gut, gut, ich hatte nur 3 Herzen. Oh, zuh, zuh, zuh. Ah, ich hab noch... Oh. Noah? Ja? Warten! Ja! Im ersten Dingen wurden vom Remote House geschlossen. Ich bin gelag. Uso entfernt 44. Meine Augen sind am Wässern. Was? Was ist dein Problem? Meine Augen sind am Wässern. Was ist dein Problem? Ja. Die Wässern. Und ich wollte es ehrlich gesagt nicht, dass meine Augen wässern. Jetzt sag nicht, du gehst alles Lava klauen. Wow, ich brauche Lava. Nein, komm, wir geh jetzt rein, komm mit, komm mit. Du hast das Wort, ich habe schon. Komm mit. Nein, ich habe mir so viel Mühe gehabt. Als oben ist der Klaus nicht ohne. Nein. Ah. Ah, komm mit. Okay, mal schauen. Oh, shit. Ich habe es... Was? Hast du mir noch eine Idee, Lava quälen? Komm mit, jetzt sind wir schon da. Komm mit. Komm mit. Komm mit, komm. Ich brauche einfach ganz viel. Ja, ganz viel. Warte, ich fahre mir stein. Bring du mit in Farmer stein. Warum fahre mir stein? Also, warum fahre mir stein? Das ist für ein Spawn, du Dubu. Okay, ich fahre mir stein. Geh jetzt Lava holen. Nein, geh Lava holen. Nein, geh Lava holen. Warum fahre mir überhaupt stein? Wenn wir nicht eine Track farmen. Das gibt viel Gebungen. Nein. Okay. Da kannst du mir ganz viele Kübeln geben. Hier ist 48. Ah nein, das ist unser letztes Reissen. Mach nicht tausend Köbeln draus. Nein, nein. Jetzt habe ich es. Oh. Was ist deine Frau? Oh, jetzt habe ich fast meine Karte gemacht. Ich schwöre, es ist leer. Also, jetzt bringst du mir. Ich brauche auch 4 Lava. Ich brauche einfach ganz vorne 4 Lava. So einen Kreis. Ja, ich bin dran. So. Jetzt habe ich 17 Kübeln. Es ist mehr als ein Stack Kübeln. Weil ein Stack Kübeln ist 16. Geh jetzt nicht mehr, wenn die Arver so viel Platz hat. Äh, gut. Ich gehe Lava farmen. Okay, viel Spass. Und ich habe sehr viel Freude. Also, falls du wirst. Falls du wirst brunnen oder fast stirbst. Friss gut, Hüpfel. Ich frisse einen guten Pum. Ich brauche mal den Kreis fertig hier. Ja. Ich hole jetzt Lava. Lava hier rein, Kumpa. Äh, was brauche ich nicht mehr? Was brauche ich nicht mehr? Äh, was brauche ich noch nicht mehr? Oh, jetzt habe ich 1 für 10 Kübeln. Lava droppt. Weil ich keinen Platz habe. Äh, so. Jetzt habe ich 15 Kübeln voll mit Lava. Ja, genau. Acker, bring mal an die Oberwelt. Ja, ich muss... Ja, ich weiß nicht. Weiter kann ich nicht fast bridgen. Das kann ich einfach nicht. Fast bridgen? Fast bridgen. Fast bridgen. Ja. Du bist... Oh. Äh, ich brauche noch ein paar Blöcke. Oh, wenn wir zusammen einen drücken. Was? Warte. Warte. Du hier schwingst mich Lava in. Au. Es ist lag. Au. Nice. Okay. Dürfte ich eigentlich keine Lava haben? Ich mache alles rein. Genau. Äh, eins habe ich vergessen. Äh, ich gehe noch in Neder. Go Block holen. Ich mache es noch gut. Okay. Ich mache es noch. Ich habe auch noch... Nein, du hast ja meine Sachen. Ich habe auch noch... Gell, äh, Neder Rack geht auch zum, äh, zum, äh, zum, äh, zum Farmen. Äh, zum, 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 für ein Spawn. Hm? Gell, Neder Rack geht schon auch. Ich kann das schon auch abbauen. Also, das können wir schon bringen. Ja, ja. Äh, ich weiss nicht was loswerden. Hau an der Gas. Schiesst mich ab. Sag es gut. Ich brauche doch nie mehr Kohlen. Oder? Nein. Ich brauche nie mehr Kohlen im Leben. Was willst du, du Gas? Was willst du? Was willst du? So, äh. Uah, ich habe den Gas vom Schwert umgebracht. Alter, ich schaffe das. Achso. Neder Rack. Neder Rack. Ich habe schon gedacht, du sagst Item. Fast breaking. Ich weiss nicht, wie sich das ausbreitet, das Lava. Uah, warte, ich mache einen Nuker an. Dann bau den für mich ab. Ähm. Ähm. Das funktioniert nicht so gut. Oder so. Ähm. Was brauche ich noch nicht? Braucht man L? L für Nuker. Geht anscheinend. Ja. Habt ihr eigentlich drei von der Mission? Ja, ja. Timo, das ist eine kleine Scheissarbeit, das ich machen muss. Oh, oh. Ich bin zuerst der Lava. Ist welches Deck gebraucht? Ähm. Dass ich bald verbrunnen. Ja. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich brände. Oh, oh, oh. Frisgoldepuh wie ein Regenbogen. Ich brauche jetzt noch etwas, ich könnte jetzt wirklich noch etwas Vertragen. Ja, ja. Ich weiss. Wir alle brauchen Vitamine. Oh, oh. Wir alle. Was für Vitamine. Oh, oh. Brainst du? Stirbst du? Nein, ich bin sehr hoch oben runtergegangen. Du bist fast tot. Ich bin ein Regenbogen. Ui, 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 ui. Da war ich Lava. Ich frisse. Äh, wo? Da kommt mehr Lava, die ich mir versetzte. Nein! Ich bin gekickt worden. Du musst laufen. Ah. Du bist nicht gegangen. Ja, du musst laufen. Wir sind fertig. Okay. So, in diesem Fall wäre es mit einer lustigen Folge. Wir haben noch ein paar Tage, die ich noch mal abonniere, oder? Du bist schon nicht. Ich bin ein Regenbogen. Wir werden hier ein Regenbogen.